hallo freunde und willkommen zurück zu mutant year zero wo wir in der letzten folge dieses gebiet hier diese sackgasse gefunden haben das letzte gefecht nennt sich das ganze und hier sollen sich wohl auch wieder normale ghule rumtreiben da bin ich ja mal gespannt hinten ist auf jeden fall ein feuer und da sind auf jeden fall menschen prip, geh mir nicht auf den sack wo willst du nicht, da unten ist der teufel los, kümmert euch einfach darum ja auf einem grünen hündel, da steht aber nichts neus na gut dann halt die nebenmission ist auch die vorletzte ich hab mich mal ein bisschen gespoilert in dem ich gerade eben ein bisschen durch achievements geklickt habe so so da ist ein bot i got this one wenn du dich da noch an den baum stellen kannst ich weiß nicht warum er direkt auf den ganz gegangen ist wir wurden nicht geortet aber egal sooo du schießt als erstes so selma du hattest ja nicht den äh das ist ja jetzt nicht dein scheiß ernst hier ist hoffentlich bewusst dass du jetzt die 50% chance schwerer musst ne αλλά ne meine frisam-ensa-mann-schwein mischen er so weiter auf den, sommer müssen wir irgendwas gegen deine reichwäte tun So. Dann können wir den nämlich schon mal los. Level up, sehr schön. Oh, da steht noch ein Bot. Ich frage, ob ich den nicht einfach von da oben aus abschießen kann. Das werde ich jetzt probieren. Eine neue Rauchgranate, okay. Danke dafür. So. Hm. Das war ein schöner Schuss. Ja, ich weiß, es hat keine Schusslinie. Und da ist schon. Stehe ich nicht. Und der nächste Schuss ist tödlich. Da steht noch ein Bot. Aber der meldet sich gerade noch nicht. Ich bin hier. Jetzt wird Schrotteinsacken. Dann erstmal. Bluten. Wo ist denn jetzt? Der Bot hin. Ich glaube gerade noch hier. Das ist verarschen. Das ist der Langhexe. Okay. Ich frage jetzt überhaupt nicht. Das ist der. Einfach so ein Boss. Ist ja der Hauptgegner für den dieser Nebenquest. Ist. Das ist der Bot wieder. Hm. Okay. Dann legen wir den mal kurz eine Falle. Dann stellen wir den mal eben eine Falle. Während sich unser. Großkahn nochmal ein bisschen umguckt. So. Wir haben hier den MatBot. Den kriegen wir schnell ausgeschaltet. Da oben steht ein Jäger drauf. Das ist nicht gut. Aber auch kein Problem. So. Und der. Bot gerade rechtzeitig wieder. Passt ja. Aktivieren. 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 Peng. Nochmal Peng. Das war nicht der EMP Trigger. Uh. Ja man. Wir müssen halt auch echt mal manchmal Glück haben. Ja. Ich musste eigentlich den Ausschalter wieder. Wir haben hier gerade relativ viele Bots. Neben rein. So. Letzi. Ja gut. Da fehlt mir noch ein paar Punkte. Ihr seid versorgt. Sehr schön. So. Die Langhexe da oben. Könnte natürlich nerven. Aber wenn wir uns jetzt beilen und den Bot hier ausschalten. Sollte das eigentlich kein Problem geben. Sollte das eigentlich kein Problem geben. Das da brauchen wir uns gar nicht drum sorgen. Huskan schießt natürlich mit. Sollte uns natürlich nicht entgehen hier. Sehr gut. Bei den. So. Den. Den Marodeur da oben. Der stört mich ein bisschen. Äh. Ein Fanatiker. Weil. Sehr unhöflich. Wie kommt der Fanatiker. Geht der jetzt da hinten rumlos. Oder kommt der wieder zurück zu mir. Dann kommt erstmal hier lang. Okay. So. Geht er einfach nach da hinten abdampfen. Genau. Hm. 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 Keine Feuerlinie. Natürlich nicht. Er hat nur 75 mit ihm. Jetzt auch 75. Und jetzt. Was ist das? Wie kriegt das Ding so schnell seinen Marus? Was ist das? Das ist nicht gut. Der schöne Clutch. Puh. Das war gut. So. Dann. Kann man jetzt eben schnell den Dude von ihm schnappen. Hm. Den Sekten Fanatiker krieg ich nicht rausgeschaltet. Das ist leider so. Da ist noch ein Jäger. Den kriegen wir aber auch weg. Okay. Da folgen wir ihn mal kurz. Pup. 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 Geht es aber noch weiter. Sehr schön. Ach. Hier sind wir wieder. Ja. Ich erinnere mich an die Map. Den Karpstein kann ich nicht als Deckung verwenden. Den. Den auch nicht. Kann ich jetzt verarschen oder was. Das war's. Das war's. Wenn du ihn kritisch wäre er tot. Das ist aber nur eine 50-50 Chance. Knapp. Etwas weniger sogar. So. Ähm. Das wäre halt auf Nummer sicher, ne. Beziehungsweise ist es ja noch nicht mal auf Nummer sicher. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt höher. So. Das waren gerade dabei. Egal. Den Marodeur da drinnen können wir uns natürlich auch schnappen. Das ist kein Problem. Vor allem weil der wieder einen Hut bewacht. Ist er noch oben da drin? Grau bei. Müll dir hat im Laden neue Objekte verfügbar. Das ist doch schön. So. Ich denke mal. Wir sollten uns den schlechter hier schnappen. Hängen. Mh. Tod. Hör den hab ich auch los. Wunderschön. Heißt wir haben die beiden hier drinnen. Wir haben Oma Grau. Äh Oma Lang. Hexe Lang da. Und wir haben da hinten noch Insekten Fanatiker. Was aber alles ist. Die Langhexe. Nicht Hexe Lang. Die hat fucking viel Leben. Sobald wir die abschießen. Triggern die auf jeden Fall. Ich würde gerne mal versuchen. Da drin zumindest noch den. Ob ich den Maradeur da drin noch ausschalten kann. Oder ob der gesichert ist. Ne der ist gesichert. Und Oma Grau ist auch noch ein. Fucking. Fucking. Äh. Ich sag schon. Schamane. Na gut. Dann machen wir das so. Indem wir. Indem wir vom Prinzip her damals das Ding hier auch gestimmt haben. Gehen nach oben. Und geben ihnen von oben einfach eine mit. Mit einer meine ich ziemlich viele. Ziemlich tödliche Grudeln. Wie gesagt der Maradeur ist ja das geringste Übel. Mich stört halt dass das eine schon wieder eine Schamane ist. Und das andere scheint ein Sniper mit dem Gewehr von. Äh Selma zu sein. Das stört mich so ein bisschen. Gut. Aktivieren. 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 Einfach keinen großen Prozess. Ganz ehrlich. Komm. Das lohnt sich wenigstens mal an Schaden. Das wäre das. So 100% Krittchance tötet den Gegner. Das wäre ja trotzdem nicht. Aber es macht schon mal gut Schaden. Und. Wo es kann. Gewinnt das Match. So. Langhexe mit 44 Leben und 6 Rüstungspunkte. Schön. Keine Feuerlinie. Keine Feuerlinie. Okay. Dann. Bin ich dafür. Bommel geht mal da hin. Triggert den. Genau. Der, der uns nicht trifft. Umso besser. Nice. Trifft es immer noch. Habe ich nicht ganz mit gerechnet, dass er den Schuss trifft. Ich habe halt damit gerechnet, dass ich mit ihm jetzt hier hin zurück gehen muss. Um. Na sag schon. Um. Zu. Heilen. Aber dann haben wir das Heilen vielleicht noch über. Das ist okay. Sehr schöner Schuss. Ja. Die hat übrigens genau die Waffe wie auch Selma. Ja. Ja. Und der kommt natürlich jetzt auch vorbei. Sehr schön. Ähm. Bombing. Ich hätte ihn nicht hier hinstellen sollen, ich Idiot. Ich hätte ihn nicht hier hinstellen sollen, ich Idiot. Ich hätte ihn nicht hier hinstellen sollen, ich Idiot. Das ist schon fast schade. Bei Selma müsste ja hier oben landen können, ne? Er kriegt immer noch den Fettbonus. Ich komme damit klar, wenn der aufbomben geht. So. Wo schaltest du denn aus? Mhm. So. Kann. Ich muss das mal nachladen. Oh mein. Ganz ehrlich da hinten ist er wenigstens gedeckt. Kann man sich mal ein bisschen voll schmatzen hier. Oh. 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 Nachladen. Aber. Auf Entfernung ist die Waffe besser. Nein. Es war nur ein Dingens. Nur Kettenblitz. Mhm. Oh. Kahn geht da hin. Gönnsig. Sehr schön. Da, Bormen. Wäre cool, wenn Bormen ihn jetzt einfach nach da hinten kickt, um ihm den Deckungsbonus zu nehmen. Perfekt. So, Selma. Das Selma kriegt so oder so keine Feuerlinie. Toll. Gut, dann gehst du jetzt einfach mal da hin. Und überraschst den ganzen Scheiße. Hm, ich habe noch einen Kettel jetzt raus, okay. Das überrascht mich. Aber gut. So, du gehst mir auch mal grau fressen, weil... Warum soll ich für dich ein Medipack verschwinden? So. Brennen wir den einfach noch ein bisschen weiter ab. 100% Chance. Peng, peng. Sehr schön. Hat doch gut funktioniert. Oh, wow. Und ich nehme mal mit, das hier nehmen wir mit. Schöne viele Waffenteile, die uns leider nicht viel bringen. Hm, medikit. Und wir haben eine neue kleine Belohnung. Was kriegen wir denn diesmal? Der Helm des Sprechers. 100% kritische Trefferchance von erhöhter Position. Gut. Brauchen wir jetzt eher weniger, aber nice to have. Die Träger dieser Kopfverdeckung hatten im Glauben der Altvorderen einen direkten Draht zu den Göttern. Als Gegenleistung für diese Gabe waren sie gezwungen, die für die Instandhaltung ihrer verfallenen Tempel benötigten Gelder einzutreiben. Als Symbol ihres Scheiterns wurde vor dem Eingang ein phallisches Objekt mit roter Spitze errichtet, das erst nach Erreichen des gesteckten Ziels entfernt wurde. Chronist Maddox. Fast, aber gut. So, dann würde ich sagen, haben wir hier wieder aufgeräumt. Und obwohl wir uns in dieser Folge eigentlich um das letzte Gefecht hier kümmern wollten, machen wir das dann vielleicht doch in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns. Bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde.